Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und wir spielen Battlefield 3 Luftüberlegenheit. Und zwar sind alle Extras ausgestellt, das Ganze ist Hardcore, also wir können nicht von außen auf außen Ansicht schalten. Das Ganze geht also wirklich nur mit einem MG kann man jetzt schießen, keine Wärmeraketen oder Airflex und sowas. Jo, den fangen wir mal an. Ich habe gleich mal am Anfang Pech gehabt, mir ist auch gerne reingerast, meine Maschine, find ich gut? Ja, das war es dann. Du? Da muss es sein. Hier machen wir jetzt alle gegen alle oder alle gegen alle? Nee, ganz normal, das ganz normale Spiel. Das war knapp. Also die Wahrscheinlichkeit hier, um jemand zu treffen, ist ziemlich hoch. Also ich habe gerade schon einen abgeschossen, so schwierig ist das jetzt nicht. Ich habe gerade bei Bezugkameraden jemanden verfolgt und wir sind ineinander reingegreift. Genau, das ist klar, das ist nicht, aber man muss es sein. Meine Exzellenz, Exzellenz. Meine Exzellenz. Oh, jetzt haben wir alles lief, alles lief. Yes, der Florian hier, ey. Oh Gott, die Sonne blendet. Oh, Hilfe, ich bin im Schwerelosigkeit oder so. Oder so. Wackel vor den. Ich habe vielleicht nur ein, zweimal gespielt und nee. Alter, wer fliegt? Alter, ist mir da jemand eingeflogen? Oh nee. Oh Gott, ich komme nicht mehr runter. Mein Team Kamerad ist wieder gerade rein. Stie, nein! Ja, eben wahr. Hilfe, ich komme nicht mehr runter. Boah. Ich habe gerade irgendein übelst krass gedamaged. Ach du. Antwort glaube ich nicht. Doch, jetzt, 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 jetzt. Oah. Ich hänge fest in der Luft, sonst kann ich mal einer abschießen. Gerne. Gerne. Wo bist du denn? Erzähl mal. Ey, das ist ja krass, ich komme hier nicht mehr weg. Da ist Steve der Erste, der sich anbietet. Das ist fest, knappt ihn. Warte. Da hängen sie mich mal nie abschießen. Bitte. Scheiße. Krass, ich hänge hier voll fest. Dankeschön. Gerne gemacht. Liebend gerne. Ja ne, ist klar, Steve. Liebend gerne. Ey, ich habe ja gerade irgendwie Raketen fliegen sehen. Es wird keine Rakete. Ihr sollt kein Upgrade drin haben. Der Traviac scheint es noch nicht verstanden zu haben. Es ist das ganz normale Spiel. Es ist blau gegen rot und nicht timkel. Okay. Dafür, dass ich das Chat-Emblem habe, bin ich recht. Okay, mit Controla geht gerade nicht. Oh, okay. Gott, okay. Alle dreht ihr euch wie fünfmal im Kreis, ey. Das ist das Chatfliegen, hallo? Like a Boss? Also ich flieg mit Tastatur und ihr? Ich auch. Ich auch. Ich kann... Panderle, wie fliegst du? Wenn man mit der Tastatur in die Tafi ein Helikopter fliegen kann, dann geht das ja einfach. Das ist like a Boss. Ah, geh weg mit der Mür. Nein! Michael! Da wird... Oh shit. Kann hier überhaupt nix. Und den GFR4 mit Tastatur fliegen ist wirklich nicht einfach. Du explodier doch, Junge. Und hampel nicht so rum. Tue ich da! Na komm her, wen haben wir denn da? Ist jemand reingeflogen oder ich dreh mich? Da ist er doch, der Destroyer war's! Was fliegst du mich rein, du Hans? Was fliegst du in mir rein? Ach nie, ey. Ich sehe hier die Gegner, ich sehe ja gar keinen mehr. Wo sind die Gegners? Hier Leute, wir müssen die Flaggen einnehmen, ne? Das ist Ziel und Zweck und so. So. Du kriegst mich niemals. Der Destroyer wurde es bis jetzt noch nicht verstanden. Also bloß mein Team, andere Team braucht das nicht. Ey. Ich hab vor. Fahrrad. Da stürzt einer ab. Und fahrt. Das ist ja immer noch hart. Ja, sicher. Fahrzeug kampfunfähig, um den brauch ich mich nicht mehr kümmern, ey. Wir haben das Einsatzziel verloren. Haben wir den nächsten? Fuck! Ich bin die Mist. Kaboom. Nee, ich komm damit gar nicht klar. Ich bin auf dem Boden. Nice Name, nice Name. Agent Rutsch. Ja, ich weiß. Ich seh nix. Ich bin gelandet. Ich will raus. Du bist gelandet. Ja, ja. Ich bin gelandet. Ja, ja. Fehlfunktion Schleuderwitz, ne? Wie geht das nicht? Ah! Wir wurden in dem Spiel noch nicht verpunkt. Oh. Mhm. Ja, Fehlfunktion ist Schleuderwitz. Auf. Ich lande richtig geil, ne? Nee. Auf. Kann so gar nicht Jetfliegen. Ich auch nicht, Alter. Nee, das geht gar nicht. Ja, Panda hat extra mal rausgesucht, die nicht fliegen können. Weißt du, dass er gut durch ist? Ja, nee, ist klar. Ja, guck mal. Nice, nice. Ich meine, das ist nicht gut. Hunter kann snipen. Wer oder wie. Also... Das ist aber auch das, was er am besten kann. Nein, ich brenne. Ich brenne. Das bist du. Du. Hahaha. Stevie. Ja, der ist genau. Du hast da an. Ja, kannst du auch mal was in die Richtung machen. Du hast da Autopilot, gibst du zu. Ich hab Autopilot an, ja. Nein. Du hast den Autopilot an. Ja, ich lande. Boah, ich lande. Bam! Ja, ist das schön gemacht, Trabik. Mich reinfrakeln, das bringt's. Harakiri Pilot, ey. Da sind sie ja die Besten. Ja. Das macht immer Laune. Also, ja, Harakiri Piloten sind cool. Aber das macht, so macht das richtig Spaß, Alter. Irgendwann ohne diese, ähm... Keine Oberbeschuss zu haben. Ohne die Zielerfassung, meinst du? Oh, ich will den Tod. Erstmal reinhalten. Wo ist der? Der rammt mich. Ey, wer ist denn da? Tak. So, jetzt... Wir können doch einfach mal hier in der Luft den IOD-Bord rausschmeißen und unten. Geilter kämpfen. Und Kabo. Leute, ich denke hier in der Luft fest. Ja, du willst halt eben auch. Du bist halt einfach zu fett. Nein, geh weg. Weg von mir. Muss ich mir gerade vorstellen. Jemand zu fett für die Atmosphäre. Wo ist er denn hin? Ach da. Hilfe. Boah, wären wir jetzt nicht hier. Ich bin bei ADA irgendwo. Kann mich jemand abknallen? Och, nö. Ich immer. Du bist ja schon wieder. So, scheiße. Diev, du kommst doch schon wieder, oder? Ja. Nö. Ja, los. Ach hier. Verdammte Axt. Nach unten. Das ist bestimmt wieder das Ding gewesen. Ey, ich flebe! Ich flebe! Oh, nicht wieder hier! Leute, mach doch nicht diese Harakiri-Sachen. Das ist doch scheiße. Ah. Also, ich muss sagen, ich bin grad voll mit der Spitze von oben nach unten in den Booten nach rein gesegelt und hab's einfach überlebt. Aber tatsächlich, das war wieder das Diev. Nein, ich flebe noch. Zum Kotzen, ey. Das hast du, du hast doch hier Auto-Erfassung für mich. Ja, Auto-Erfassung hast du nicht, bitte. Ich lass uns ab. Nein. Ey, das sieht so lustig aus von Weiden, wie sie alle dort rumwuseln. Wie so ein Insektenschwarm. Nein, der ist von hinten. Nein, der ist von hinten. Der Mensch ist ein Tier, das in sozialen Gruppen lebt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist ein Giebchen. Das ist besuch's. Ah. Florian! Da hab ich dich doch. Nee, der Pinke-Panther. Ja, das ist der Später. Ich spate, ich mag es doch später. Bei der Service-Ketteil. Aaaaah. Ich verfolge hier jetzt schon einen seit Jahren. Und ich treffe mich. Ah. das bin ich dein fahrzeug er hat mich fahrzeug anfähig gemacht ne ist klar mein düsenantrieb bin ich mir schon nur noch es hat keinen zweck mehr ich gehe abwärts das hat aber lange gedauert du bist schon eine halbe stunde hinter mir hergeflogen Prozent da brennt hier so ein was du hast uns überlebt bis unten ich drehe mich jetzt Richtung Bord ich gehe lang jawohl davos hast lang genug gebrannt ne ich bin nur dein Rauffahrer der Tavik, das kann nie ist so das nächste Opfer habe ich im Visier jetzt setze ich mich hinter ihn oh man ich merke jetzt noch nie nein geh weg ich schaue wieder riesenassus bist nein meine Baun die müssen wieder so nachfragen nein das Einser oh hä ich bin ich bin Warte geh weg bist du das echt schon wieder haha das beste ist BOMM Steve bist du gerade abgestürzt und wieder der Flogenjagd oh nee voll in die Steine ich sag nicht weiter ich bin jetzt Ich stehe jetzt hier auf dem Boden, wackel die ganze Zeit, bewegt mich aber nicht und werde nicht getötet. Und ich stehe einfach auf dem Boden mit meinen Schatten. Auf dem Boden werden... Ja, Tüter. Komm, Team, jetzt nochmal anstrengen hier. Gebt nochmal alles. Ah. Meine motivierenden Worte. Vielleicht für die Leute, die mich am Boden suchen wollen, das wäre mir eine echte Freude. Ich bin in Richtung C. Nein, das ist schon wieder hier. Also, der Wurste oder Armee? Klassischen Selbstmord hilft immer. Nett, was du kommst dafür? Ich lande. Opa, Fahrzeugkampfwunfähchen, warum bin ich erst explodiert? Pech gehabt? Oh nein, da ist schon wieder einer in mich reingebrakelt. Auf Fluch! Ah. Na ja, 9-4, das ist doch schon mal nicht Schlacht. Ah, der Master Timus war das. Für einen Anfänger nicht schlecht, Mann, doch. Kann mich einer abholen. Ich bin bei Gehen dann hier. Ich kann doch nicht viel zu hell, ey, das sieht man gar nicht für die, ey. Ey, ich kann gar nicht treffen. Ich komm gerade mit der Freude. Voll nicht klar, ey. Wie, dass die rauskommt? Erst oder zwei, kann man zocken, ich hier und dann, ne? Okay. Na, ich habe ja das abzeichnet. Ich bin nur unter der Erde, ne, also wenn ihr mich sucht. Ja, ist so, guck doch. So, wo ist denn das nächste Opfer? Ey, steht 100, 500. Ich bin nur unter der Erde, also ich fühl mich mal. Ja, ist so. Ne, wir sind doch schon wieder hinter mir, ey. Meine Maus wackelt und ich kann mich nicht bewegen. Da, 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 da. Das ist geil. Komm, wir halten den auch aus. Nieso bin ich jetzt wieder explodiert? Man kann voll schlecht mit der eigenen Kommeraten abschließen, ey. Sleeve. Ja. Das sind zu viel G, zu viel G, zu viel G. Komm, komm. Gut, klar mit der Sassatour-Maus. Ja, klar, siehst du doch. Ja, ich komm gerade nicht klar. Sleeve. Ja. G, guck mal, wo ich bin. Ich bin derjenige, in mir rollen. 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 Ey, wie fliegt drei Stücke da, ja. Was ist das? Du Scheiße, Hacker. Nein. Ja, ich spiele Objective, ja. Ich bin da, der ist nicht bewegt. Soll ich dir helfen? Wie denn? Ups. EVE ist das beste Beispiel für gute Jetpilot. Ja, Tinkle, toll. Bravo. Was, lol. Ey, ich bin gerade das Böse, Chrissie. Ja, toll, ich bin gerade gespawnt. Hey. Wieso? Oh, wo haben wir denn den Nächsten da? Hinter dir. Tot. Absturz. Absturz, ah. Ja, Mann, doch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ähm, mein Tisch ist ein kleines Klimas. Oh, wo ist der Panther? Blah, 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 blah. Ha, erstaunlich, wie lange so ein Chat noch vollstellt er noch blieb. Ich bin wieder auf dem Boot. Blah, 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 blah. Ich kann mich nicht bewähren! Die von mir will! Ja ich auch nicht! Ich komm mir mal klar wo ist er denn? Also zu hoch fliegen ist uncool. Du hast doch alles gehört. Er gibt mir ein Huddy. Ja ey. Ja ey. Hey, jemand hat mich am Boden gefunden. Heilige Scheiße, es hat Hunger gedauert. Oh mein Gott, what? Was ist denn los? Keine Ahnung, ich find das gut. Er hat doch an. Jawoll, hab ich dich doch, mein Freund. Nein! Fuck! Nein! Wie kommt man denn wieder los, wenn man oben an den Wolken glätzt? Ja, ich traue mich. Oh, dreckig. Travia, schäm dich. Also ich bin leicht beschossen. Fuck nochmal. Also ich bin eigentlich ganz leicht zu finden, da eine schwarze Wolke hinter mir hat. Schwarze Wolke, hast geschurzt. Mayday, Mayday, wir schützen ab, wir schützen ab. Tant ihn ab, Tant ihn ab! 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 Ingredienter Lickfl formas. Boah, wir hatten hier 29, ey. Ich hab nur zu sieb, ich konnst gar nicht fliegen, Alter. Ja toll, ich leb die ganze Zeit in dem Himmel, jetzt bin ich außerhalb vom Kampfgegebiet. Dann hab ich ja sogar einen Kill mehr. Florian! Yay! Ja, ey! Das ist keine Ahnung, wie es mal geht! Ich nehme mich hier die ganze Zeit nach links. Ich glaube meine Maus hat einen Schein. Nichts obviere. Ha, was ihr da eigentlich schon eingeschleppt habt. Ich sehe da niemand mehr. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! ja, die Strecke, die Krone! Stirb nicht! Der Holzmichelmann! Nein! Holzmichelmann! Nein! Soll ich mal helfen? Weißen Sie! Ja, ich bin nicht mal gekommen! Der Zwang fängt das an! Also! Ähm, Panther will ich sagen, aber Tavia hat 21 kills und zu 014. Was ist los? Wie viel hat der? 20! Oh! Oh! Glücklich! Ehre ich mich eigentlich dem? Ja, leicht! Ab 53 kannst du wieder! Dort konnte ich den Kill wahrscheinlich! Ah, Defender! Juh, da bin ich! Ja, ich kann mich nicht bewegen! Meine Maul ist mir die ganze Zeit nach links! So geht's mir auch grad! Aha! Von mir passiert das immer noch, wenn ich nen Controller muss, nach rechts oder links! Nein! Ja, hab ich doch! Der müsste hin sein! Aber da ist doch so Controller! Wenn ich das... Könnte das jetzt doch eigentlich auf dem Controller steuern! Ja, Maul! Was denkst du was ich mach? PS3-Controller? Wie ist denn in deinem Controller überhaupt die Tasten? Nein! Keine Geschichte! Mit meinem PS3-Controller? Das reicht mir! Die Steuerung ist ja total wiese Habe! Ich muss mal eben die Steuerung einstellen! Dann kann ich das ja machen! Optionen und Tasten! Nein! Nein! Traviac, jetzt bin ich dir hinterher geflogen! Und jetzt komm ich hier wieder nicht weg! Hilfe! Ich bin im Weltall! Ich schwebe! Ich komm nicht mehr weg! Ja, dann! Du bist auf jeden Fall! Halt es los! Richtiges Lobbar sein, dass ich... Oh Gott! Alter! Wie Chili! Ah jetzt! Ah! Da kommt doch was angeflogen! Da ist doch einiges los da drüben! Da hat irgendjemand getroffen! Wer brennt denn da? Du! Ich komme! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Geh weg! Wexplodierter! Au! Nein! Traviac, aus! Ihr weißt du, du bist! Achtung! Das Einsatzziel wurde gerade neunt an den Siegel! Hardcore ist an, ne? Ja! Ey, wie konnte ich hier alles treffen? Das ist echt unglaublich! Ich heute alles treffe, also... Ey! Nicht abschießen! Ach komm, nicht das! Och, komme doch auf! Dieses, dieses Harakiri fliegen, ey! Das ist doch ätzend! Was ist denn Harakiri fliegen? Naja, auf den anderen, anderen zufliegen und dann... draufhalten, sodass beide explodieren! Habe ich... Ah, ich dachte gerade... Ja, ich versuch dann jedes Mal weg zu... ...verhalten irgendwie und krieg dann immer nur so'n Detz ab, ey! Troll! Jawohl! Na gut, jetzt hab ich ein schönes neues Flugzeug, was gar nicht brennt, von daher... ...gibt's dann halt jetzt wieder auf'n Sack! Ey, 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 ey! Ich hab was Wortkir gemacht bei jemand! Do this node! Wow! Wow! To the node! Das ist so rumoxidiert! Ich kann die mal aufdrehen! Okay, okay! Nächster! Oh! Ich bin wieder aus dem Boden, ey! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Wen hab ich ihn grad getötet? Oh! Ist da stand getötet oder Shaquille? Das ist ein... Ja! Oh! Jetzt ist Miles Highly komm ja am Ende! Jetzt geht's los hier! Geht ihr denn auf seinen Papper oder krieg ich denn eigentlich einen Mini? Au! Wer rammt mich dort? Florian! Kriecht auf'n Boden rum! Au! So! Diese Rammerei! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Nech! Yippie! Oh ne! So, dann schauen wir mal! Oh, mein Team hat gewonnen! Was? Ey, hab Zufall! Jo! 17,5! Der andere hat 23,12! Wie kann er denn mit 2,7 vorne sein? Ah! Er war die Flaggen eigentlich noch mal für ein Weltmeister! Okay! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn ihr mal mitspielen wollt, kommt einfach ins TeamSpeak! Und, äh, den schauen wir mal! Haut's da den! Tschüss! 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 Tschüssi!